dann geht's los erstmal an bord werden wir vorbereiten weil es ist einfacher wenn das board noch ausgebaut ist dort die sachen zu equipen die dran müssen wir fangen an und haben nun die original amd risen 5 lüfter ja schon im paket gehabt der ist auch kompatibel zu unserem gewählten board dort müssen wir jetzt aber die halter für die standardisierten lüfter abschrauben auch kein problem oder wir benötigen dafür vernünftiges werkzeug und schrauben uns jetzt erstmal die freunde ab jetzt geht's los der amd reisen 5 3600 passt hier sockel mäßig drauf denn ihr müsst halt die sockel bauformen einhalten diese sockel bauformen sind angegeben und diese müsst ihr ganz spezifisch an ansonsten passt es auch nicht wenn die sockel nicht kompatibel sind dann klappt das auch nicht in dem fall ist es eine cpu mit sechs kern die basis taktrefrequenz bei 3,6 gigahertz herz und dort ist schon ganz schön was wir werden jetzt erstmal unseren sockel freund aufklappen das heißt wir werden ihn entrasten ausrasten etc am 4 sockel ist hier am start nun kommt unsere cpu zum einsatz wir sollten nicht an den nippeln rum lecken wir sollten nicht mit den fingern sie versuchen zu stimulieren oder dergleichen denn sie sind sehr filigran da drauf es sind kleine nippelchen und jeder nippel braucht seinen gegenpart und der es ist oder liegt auf dem sockel selber jetzt schauen wir uns an dieses viereckige gebilde was ich cpu nennt hat auch eine ecke die sieht etwas anders aus als die anderen und danach sucht ihr wir sehen nämlich dort sind mehrere pins ausgelassen worden dort an dieser ecke seht ihr dass alle anderen haben eine schräge ecke hier gibt es eine viereckige ecke und sozusagen einen extra kupfer nun legen wir die cpu in den schoß des sockels auf dem mainboard einmal zur probe umdrehen das solltet ihr aber jetzt zu hause nicht tun denn die gefahr ist dass dann nippeln zerbrechen sieht man es passt gar nicht noch mal 90 grad wände jetzt passt es noch weniger ihr müsst wirklich auf die viereckige nippel aussparung achten die nur so passen wird dann passt auch unsere cpu ausgezeichnet in den sockel halter rein und wir können fortfahren sockel klemmere dran damit ist die cpu installiert aber wir brauchen noch mehr denn die cpu selber würde relativ schnell durchballern weil die einfach zu heiß wird nun nehmen wir uns etwas reinigungsbenzin und reinigen erst mal die fläche oben drauf jetzt bei einer neuen cpu ist dort schon auf den kühlkörper nämlich wärmeleitpaste aufgetragen wenn ihr diese nicht habt müsst ihr diese jetzt manuell auftragen ganz hauchdünn einfach drauf schmieren nun kommt der mitgelieferte lüfter zum einsatz ihr könnt aber auch einen externen oder extra gekauften lüfter nehmen nun gehen wir hin und schrauben im verbund jedes mal gegenüberliegen die schrauben fest aber nicht zu fest damit wir noch spielraum haben bis alle schrauben sozusagen in die sockel fassung aufgenommen werden und danach werden wir erst die schrauben selber festziehen das ist ganz wichtig weil ansonsten haben wir nicht die perfekte auflagefläche zwischen dem lüfter und der cpu selber und wenn dies geschieht dass da kleine schlitze sind dann kommt es zu thermischen verlusten sprich die wärme wird nicht abgeleitet sondern bleibt auf dem cpu körper drauf und im schlimmsten fall überhitzt das gerät dann wir sollten nicht über 100 grad uns dort bewegen denn ja ansonsten ist es einfach zu heiß für das gute alte cpu linchen central processing unit braucht immer kühlung ja das ist wichtig so jetzt ziehen wir die ab oder an bis es nicht mehr weitergeht danach drehen wir aber nicht mit bekloppter weiter wir haben hier nur eine cpu vor uns nun stromversorgung diese stromversorgung ist mit einzustöpseln am mainboard wo genau das ist steht auch in der bedienungsanleitung drinnen das ist dieser port an diesem besagten mainboard an anderen mainboards sind aber trotzdem diese steckverbindungen diese pins auch ähnlich verteilt